Und das ist der Foodstore, der Foodpark, Stabak Coffee, Nissan, und jetzt wollen wir ein bisschen von draußen was sehen, wie das draußen aussieht. Das ist ein neues Apartment. Da drüben haben sie auch ein neues Apartment hingebaut. Eine Laufstrecke. Und da hinten kann man essen abends. Da sitzen viele Jugendliche. Und das war meine Leute. Hoffentlich gefällt euch das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das sind die neuen Ford-Modelle. Ränge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist das Shopping Center in Coral. Coral-Zentral. Ja, es ist ein bisschen leer. Wie das aussieht heute. Aber am Wochenende ist das voller. Das ist jetzt die Restaurantetage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, Freitag ist mehr. Und Samstag und Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Kino Das ist die Etage für Spielzeuge. сер Abonniert affront été griffin Elektronikabteilung